meine taktik wie ich jetzt sozusagen von meiner youtube sucht etwas wegkomme ist folgendes ich habe vorgestern beim sell-off udemy kurse gekauft und über 20 stück und die werde ich mir jetzt nach und nach reinziehen sehr empfehlenswert bei sell-offs sehr günstig viel spaß ich habe schon gemerkt es wirkt also ich nutze weniger youtube